so betroffen und ausgesprungen nicht vom schrauber äh nicht von den rotoren getroffen der hat jetzt gerade kann beide gehen aus dem kleinen fenster und jetzt ziehe ich auch nach mitten im stück aus dem dach der welt okay okay jetzt wissen sie die might of the secret warrior ja ja Mal gucken, ob die 200 noch schicken 225 Tendenz Nicht mehr so steigend, weil es sind ja nur noch kaum wieder da Das war's Oh man, I thought you bit it Oh, were you worried? How touching Hm Ich hätte gerne was... ne rote Maske irgendwo hier, ne? Hier noch blaue Masken, aber ich hätte gerne ne rote Maske, weil ich meine Energie glaube ich nicht finde Niedriges Hey, ich bin auf dem Himalaya auf dem Dach der Welt Ich glaube das war Himalaya Ich kenne mich jetzt mit Bergen jetzt nicht so aus, aber... Ich glaube den hat man so genannt, ne? Dach der Welt Okay Okay Ja, und dann gehe ich hier links lang Warum? Weil's, äh... Besser aussieht Und zum Glück rückt er gar nicht runter Sonst würden wahrscheinlich einige Zuschauer Und ich hab eh schon so wenig Energie, schön Wer Nee Du Ja Du Ja Du Du Es ist doch keine rote Maske hier. Okay. Hier? Okay, ich muss hier rüber, schön. Mit Lichter rüber? Was machst du? Ach, ich muss selber klettern. Ich möchte den Nachnamen aussprechen, aber ich tue es nicht. So, ich bin der Tod und du? Nicht wundern. Don't make me come down there and resurrect you again! Und ich starte. Ich bin gespeichert mit so wenig Energie, meine ich. Ja, das ist klar. Gib mir eine rote Maske. Danke. Jetzt darfst du speichern. Danke. Geh drücken. Achso. Hätte ich fast wiedersehen. Ach, ist das jetzt so eine Aktion wie denn? Ja? Ja? Ja. Flawless victory. Perfect. Ja. Flawless victory. Ja. 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 Ich wusste doch nicht, ich kann mich zurückschleudern. Wahrscheinlich muss ich die sogar zurückschleudern. Und der Kampf geht so lange, bis er da umfört. Och, gut. Was brauchen wir dann? Das ist wahrscheinlich länger zu dauern, als bei den Raketenwerfern schon vorhin. Okay. Und der steht ja immer wieder auf. Hast du keine Power mehr für die anderen zu bauen? Oh doch. Hat er. Was ist das? Tschüss. Ich kann meine Waffen verbessern. Ich habe das Chaos des frostigen Zorns. Ja. Ich habe ja sonst nichts. Oh, guck mal, was kriege ich da? Jetzt wieder Energie aufladen und weiter geht's um die Pflanz. Schieß auf mich, schieß auf mich. Schuss. 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 Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein spannender Kampf. Schuss. Aber ein 3-jähriger. So. Und scheinbar habe ich ihn gerade erledigt. Weil da hat das Speichersymbol aufgebracht. Okay, da könnte ich links gehen. Ich sollte jetzt mal hier reingehen. Wenn die Maske schon da ist, nehme ich die mit. Oh. Erfahrungspunkte für mein Essen ausbauen, den ich irgendwo machen muss. Und... Da habe ich gesehen, dass es schon weitergeht. Oh. Ahem. Diese Ancient-Mountain-Tempels waren sehr sacred für meine Bevölkerung. Visitori mussten sich um eine Purifizierung des Körper und Spirit. Blood drogen zu klein über den Boden. Organe zu sein, eine durch das ein. Leber flogen an den Bogen durch die Wild dogs und einig. Oh, heavens! Ich bin mir in die Zeit verfallen. Hey Mann, du bist ein bisschen twistier. Du kennst das, nicht wahr? Über diesen Weg hier. Ich freue mich schon wieder, dass Quicktime-Events da sind, um irgendwas da zu bewegen und äh... Okay. Oh! das ist auch so fest die ganz ich habe es geschafft ich dachte ich muss ja so rum aber ich muss wahrscheinlich ich komme jetzt erstmal so dahin einfach nur gemacht gerade die ganzen shortcuts erkannt ok was bewegst du die treppen und die bleiben so anscheinend die scharlachrote prinzessin die misstraufe prinzessin die 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 okay das war die scharlachrote konzession ich nehme die energie wieder auf Ich habe irgendwie erwartet, dass ein längerer Kampf wird, aber noch gar nichts. Nach dem ganzen Trubel, den ich jetzt schon hatte, kann ich auch meinen Leichten nicht mehr vertragen. Jetzt kommen vier von diesen auf mich zu. Okay. Und was bist du? Einer mit einer Sense. Oh, guck mal. Ich dachte, ich könnte hier runterspringen, aber... Oh, shit. Ich habe das Base gedrückt, um in die Linse zur Züchtung zu springen. Okay. You move the sound of the race of the battle of the field. I wish you a new year. Coming from, Alice shelled shovel. It means dancing death, princess. You like it? Move! Move him for the kill! Ja, schön, das ist echt auch noch zusammen hier, das Ding. Ja, das sollte ein Spaß hier. Und ich müsste mal den Maske nehmen. Am nächsten Mal. Ja. 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 Zum Glück hinterlassen die manchmal rotes Zeug. Ich muss wieder herausfordern. Machen. Wäre echt schön, wenn du mir das ständig ansagen würdest, dass ich schwingen muss. Das war aber wahrscheinlich nicht. Schade, zu früh geschwungen. Naja, nochmal.